Aktuelles Abreise bei unserem LK-Turnier von MyBigPoint hier im Hotel Tannenhof. Das Hotel ist nicht nur bekannt für tolles Wellness und Spa, sondern auch für unser LK-Turnier zusammen mit HET. Jetzt heißt es wieder Save the Date, denn vom 27. bis 29. Januar 2017 führen wir hier wieder unser LK-Turnier durch. Also wer noch nicht dabei war und von Wellness und Tennisfieber angesteckt werden möchte, der sollte sofort buchen. Wir sind wieder da und freuen uns auf euch. Bis bald! Auf Wiedersehen!